ein Projekt ins Leben rufen und zwar wäre das dann wahrscheinlich, also ich bin mir noch nicht ganz sicher ob ich das auch machen möchte, weil ich es eben schon mal angefangen habe und zwar Sims 4. Das würde dann wahrscheinlich so jeden zweiten Tag kommen. Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Survival Games. Wir spielen heute auf der Map Survival Games Nr. 4 und die gefällt mir ganz gut, deswegen mache ich ja lauter Screenshots und so. Und ja, ich habe ein bisschen was anzusprechen und zwar bezüglich des letzten Vlogs und zwar war das ja der, wo ich Auto gefahren bin. Also der ist jetzt noch nicht so lange online, deswegen ja habe ich noch nicht alle Rezessionen von euch, aber ein paar haben geschrieben. Ab Minute drei kann man die Person ein bisschen sehen oder was weiß ich. Die Person, die neben mir war, ja. Das ist die Freundin von meinem Vater und die hat absolut nichts dagegen, wenn man sie im Video sieht. Die guckt selber gerne meine Videos und ja, die hat nichts dagegen, wenn man sie sieht. Und ich dachte mir nur so, ich zensiere sie trotzdem mal so ein bisschen häufiger, weil ja, es ist vielleicht, ja keine Ahnung, dass ich finde, man muss ja nicht gleich alles zeigen. Die Person im Verborgenen. Das zum letzten Vlog und es freut mich, dass der gut bei euch angekommen ist, dass euch der gefallen hat. Und ja, dann weiter geht's. Und zwar Let's Play Projekte. Wie ihr wisst, mache ich ja derzeit nur Minecraft und eben dann täglich jetzt diese Real-Life Vlogs, weil die sind ja jetzt quasi am 1.7. laut YouTube-Datum. Das gilt, äh, das gilt, nicht das gilt, bin ich dumm. Äh, das gilt immer, das YouTube-Datum und das YouTube-Datum hat gesagt, ich habe das am 1.7. hochgeladen, was ja auch stimmt. Nur, ich habe es halt dann erst freigeschalten am nächsten Tag. Ähm, und... Nein, scheiße, hat sich geheilt. Kacke, jetzt bin ich am After. Scheiße, jetzt muss ich mich heilen. Und so, komm her, Typie. Komm, komm zu mir. Ich möchte dich gerne fisten und ich möchte gerne dein Equipment haben. Dann sind wir jetzt... Oh, lol. Hat der jetzt jemand anderen getroffen, oder was? Und so, den habe ich. Dann ganz schön weiter. Oh mein Gott. Lol. Der wollte jetzt einfach abstauben kommen, aber den habe ich jetzt noch gesagt. So, nein, das möchte ich nicht. Jetzt habe ich einfach mal Full Iron und habe dazu auch noch eine sehr, sehr schöne Prost. Nice. Äh, ein sehr, sehr schönes Schwert. So, äh, also möchte ich gerne ein Projekt ins Leben rufen und zwar wäre das dann wahrscheinlich, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das auch machen möchte, weil ich es eben schon mal angefangen habe, ähm, und zwar Sims 4. Äh, das würde dann wahrscheinlich so jeden zweiten Tag kommen und dann zusätzlich noch jeden zweiten Tag Jurassic World. Das wären dann drei Videos am Tag. Das heißt, einmal Minecraft, dann einmal Sims 4 oder Jurassic World und einmal ein Real Life Vlog. Ähm, damit würdet ihr sehr, sehr zugedeckt sein, würde ich sagen. Ähm, und ich hätte halt einfach mega Bock auf diese Projekte irgendwie, also ich würde halt ultra gerne, äh, die... Oh mein Gott. Und jetzt ganz schnell weg hier. Scheiß, die waren dann. Ich habe das jetzt echt noch knapp überlebt. So, jetzt muss ich hier ganz schnell weg, weil ich möchte nicht sterben. Hatte der einen Goldapfel? Ne, hat der ja nicht. Wieso? Wieso erwarte ich immer, dass die einen Goldapfel haben? Das ist, das ist nicht gut. So, da vorne ist der nächste Gegner. Das heißt, hier erst mal, ne, die Sticks behalte ich noch. Kann ich ja noch brauchen. Dann die Co-Webs nämlich auch mal mit. Äh, ansonsten brauche ich eigentlich nicht sehr viel. Essen habe ich genug. Ja, in 30 Sekunden statt das Deathmatch. Das Problem ist, ich würde halt gerne da vorne echt noch die eine da töten, weil ich hasse es, wenn vier Leute im Deathmatch sind, weil dann ist das immer so ein... Boah, ich mag das gar nicht. So, aber vielleicht schaffe ich es ja noch in den 15 Sekunden. Ich glaube nicht. Aber... Ja, ich sehe den Gegner ja nicht mehr. Ne, das schaffe ich leider nicht mehr. Schade Schokolade. Jetzt müssen wir uns wirklich konzentrieren hier, weil ich möchte echt jetzt nicht abkacken. Bitte nicht die kleine Map. Und was ist die kleine Map? Natürlich. Nein, und jetzt werde ich abgestaubt. Jetzt werde ich abgestaubt. Jetzt werde ich abgestaubt. Nein, ich möchte nicht ab... Hey, kämpf doch mal gegeneinander oder so. Nein, ich bin tot. Ich bin tot. Ich brenne. Jawohl, ich brenne. Ich bin doch sowas von tot. Oh Mann, das ist das. Wenn zwei Leute auf einen gehen, wieso haben sie sich doch nicht gegenseitig attackiert? Verstehe ich nicht. Egal. YOLO würde ich sagen. Leute, auch mal in der Runde, wo wir nicht gewinnen, ist doch vielleicht auch mal was ganz Schickes. Und ich würde einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, würde mich ein Däumchen nach oben sehr, sehr freuen. Und schreibt mir unbedingt eure Meinung zu anderen Let's Play Projekten. Also ich habe jetzt nicht vor, irgendwie tausend Millionen Spiele auf meinem Kanal zu bringen, sondern einfach vielleicht mal als Let's Play Jurassic World und dann halt noch Sims 4, die halt dann immer abwechselnd kommen. Also zum Beispiel Montag, Minecraft, Free Life Vlog, Sims 4, Dienstag Vlog Minecraft und Jurassic World zum Beispiel. Ja, ihr könnt mir erst sagen, was ihr davon haltet, weil dann würde ich mir das Ganze zulegen. Also Sims 4 habe ich ja sowieso. Und dann, ja, dankeschön fürs Zuschauen. Ich habe die Runde leider verloren, weil dieser Typ einfach, weil einfach beide das auf mich gegangen sind. Ich meine, wo der eine sich das Dierschwert geholt hat, hätte wahrscheinlich der andere kommen können und den in die Lava schubsen können. Aber, naja, ist halt einfach mal so. Ich bin halt einfach ein Loser. So gut, Leute. Ich würde sagen, das war's. Und rein und ciao. Tschüss. Tschüss.